Rito Suri, nach gut sieben Minuten ist Lugano bereits 0-3 hier in diesem Kapitalenspiel zurückgelegen. Wie konnte man sich das erklären? Es gibt gar keine Erklärung, es gibt keine Entschuldigungen. Es war inakzeptabel, wenn wir gestartet waren. Wir haben individuelle Fehler gemacht, sie haben das Eis kalt ausgenutzt. Nachher haben wir uns 10 Minuten zurückgebissen. Im zweiten, drittel haben wir durchaus Chancen gehabt und konnten sehr viel Druck erzügen. Aber irgendwo hat die letzte Konsequenz einfach gefehlt. Es geht vom Anfang bis zum Schluss und darum ist das ein logisches Resultat. Wir haben gestern 3-1 Vorsprung aus der Hand gegeben. So ein klares Resultat. Man ist jetzt auf fremde Hilfe angewiesen. Hat man die Situation bei Lugano unterschätzt? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben auch gewusst, von wo wir kommen. Seit Weihnachten konnten wir froh sein, dass wir es überhaupt noch in den eigenen Händen haben. Aber wie gesagt, wenn du gestern angefangen hast im letzten Drittel, das ist inakzeptabel, schon in so einem wichtigen Spiel. Wir haben gewusst, wie wichtig das Wochenende ist. Wir haben alles in unseren Händen und rühren es mit beiden Händen zum Feister aus. Und heute Sonntag starten die ersten 7 Minuten an so einem Wochenende. Es mag es nicht leiden, es ist unentschuldbar.